Okay, okay, Versuch 4523,2,4,8,9,10. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann muss ich leider Fortnite deinstallieren oder so. Das kann doch nicht sein. Guckt mal, wie viele Kugeln da liegen. Ich hab's nicht hinbekommen, das erste Ding. Ich hab's nicht hinbekommen. Ich dachte bis heute, ich bin ein schlauer Mensch. Bin ich nicht. Ich bin einfach nur... Warum? So, was geht, Freunde? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Und zwar werde ich heute den 25.000 Euro Deathman probieren. Ich hab ihn noch nie probiert und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Ich bin mega gespannt und mal schauen, was so geht. Bis gleich. So, Freunde, und da sind wir auch schon. Ich hab hier gerade mal gesehen, hier gibt es eine Tür und eine Falle, Freunde. Die Falle sieht so aus, als könnte man dann nirgends vorhin gehen. Also ich denke mal, ich geh jetzt durch die Tür. Sieht aus wie eine Einser, da werd ich da auch erstmal durch. Vielleicht ist das hier alles ein bisschen nummeriert oder so, damit man nicht so einfach... ...irgendwo hinläuft. Wie jetzt gerade zum Beispiel. Okay. Hab ich noch nie gesehen. Kann man da vielleicht irgendwie rüberspringen oder so? Keine Ahnung. Probier das mal hier direkt von der Ecke. Äh, ja. Schauen wir mal, was noch so geht, weil vielleicht war es das mit dem Video. Freunde, hat mich nein Spaß. War natürlich ein Scherz. Hier ist aber eine Falle, aber hier geht es nirgends wohin. Ich versuch die mal zu triggern, Freunde. Ich versuch das mal ganz ohne springen, Freunde. Vielleicht hat das irgendwie einen Sinn. What the fuck? Man kann da durchfallen, hä? Ich bin, ich bin weiter, ich bin weiter. Ich freue mich. Mehr Glück als Verstand, Freunde, aber scheißegal. Was ist das? Einfach nur Checkpoint, denke ich mal. Okay, hier ist eine Münze und eine Eisfalle. Vielleicht ist das schon so ein kleiner Tipp, wo man bei der Eisfalle anfangen soll. Ich denke mal, man muss da irgendwie durchrutschen. Ich bin gespannt. Eieieieieiei. What the fuck? Okay. Ja. Ich denke mal, ich muss hier schon so richtig planen. Direkt zack und direkt rüberziehen. Eieieiei. Oh oh. Das sieht gar nicht gut aus. Ich kann hier einfach durchschummeln. Nein. Scheiße. Okay, next try. Aber ich weiß schon ungefähr, was man machen muss, Freunde. Sehr schön. Okay, Freunde, next try. Jetzt nach rechts ziehen. Schon in die Mitte. Rüberjump. Jetzt muss ich hier einfach nicht kollidieren. Und jump. Ich habe es geschafft. Es geht weiter schon. Jetzt muss es funktionieren, Freunde. Jetzt nach rechts ziehen. Direkt Mitte. Oh. Nicht schlecht, André. Spring. Und spring. Yes, Mann. Yes, Alter. Nach 35.000 Versuchen habe ich es geschafft, Freunde. Sehr schön. Ich habe ein bisschen gespuckt gerade, aber ist egal. Ist egal. Und ich denke mal, hier geht es direkt weiter, Freunde. Wie gesagt, ich habe mir das noch nie angeschaut, ey. Ich habe wirklich ein bisschen Angst. Aber hier ist Checkpoint. Okay, hier kann ich jetzt wieder tryen. Ah, okay, okay, okay. Man muss auf diese Dinge jumpen. Und dann, ich glaube, wenn man einmal drauf ist, ist es eigentlich ganz easy. Yes, ich habe es geschafft, Freunde. Okay, jetzt muss ich nur noch jumpen. Warum bin ich so doof? Man, ich check's nicht, Mann. Bin, glaube ich, zu doof für diesen Modus, Alter. Ich hasse es, wenn ich irgendwas nicht direkt schaffe, ey. Ich kriege Aggression. Okay, cool, okay, cool. Yes, ich habe es geschafft, Freunde, Mann. Die erste Plattform ist wieder am Start. Richtig lange warten und springen. Oh, direkt auf die zweite. Man muss echt bis zum Ende warten. Holy shit, ich habe es gleich, ich habe es gleich, Mann. Bitte wünscht mir Glück, Alter. Oh, komm, eine noch, eine noch, bitte. Yes, Mann. Easy peasy. Ich denke mal, ich muss hier auf diese Mitte springen. Aber das sieht einfacher aus, als es ist, Freunde. Bin mal gespannt, ob ich es bei First Try mache. Wie gesagt, First Try. Let's go. Oh, auf die erste habe ich es geschafft. Komm schon. Hä? Ich muss viel, viel später abspringen. Ich muss viel, viel später abspringen. Okay, das ist wirklich schwerer als gedacht, Freunde. Ich versuche jetzt mal hier direkt zu laufen, auf das Ding in die Mitte zu springen und dann direkt weiter zu springen, auf das nächste. Let's go. Äh? Okay, Freunde, next try. Ich jump jetzt auf das Ding easy peasy rauf. Lass mir schön Zeit. Ich habe Zeit. Ich gehe so weit nach hinten wie möglich. Nimm Anschwung. Let's go, Freunde. Let's go. Lasst dir Zeit, André. Das ist wirklich schwerer als man denkt, Mann. Ihr könnt das gerne selber ausprobieren. Der Code steht da oben in der Mitte, Freunde. Einfach einfügen. Geht auf Creative Modus, fügt den Code ein, versucht selber. Nachdem ihr dieses Video hier gesehen habt. Wahrscheinlich, ich habe diesen Deathrunner bestimmt mehrere Leute schon gemacht. Ihr kennt den sicher schon. Aber ich kann gar nicht lange nachdenken. Und weiter springen. Uh, ich habe es geschafft, Dicker. Was? Ähm, nehmen wir erstmal die Münze. For the victory. Anscheinend muss ich hier diese Kugel nehmen und da oben ins Fenster rein. Okay, das... Ey. First try. No look. 360. Seid ihr ready? Okay, war nicht. Okay, okay. Ich muss auf jeden Fall viel weiter oben rauf. Ah, das sah schon mal besser aus, Freunde. Das wird nicht lange dauern. Sowas kriege ich eigentlich immer ganz gut hin. Mit Ansagen. Ja, ich bin's. Doppel André auf YouTube, Freunde. Okay, ich bin gespannt. Was muss ich hier machen, Alter? Äh, ich denke mal, ich muss mich mit der Impuls da oben raufhauen. Habe ich mehrere? Drei Stück, okay. Dann muss ich mich hier oben raufhauen und dann rüberjumpen zu der Münze. Sollte auch nicht schwer sein. Ein paar Trise, Freunde. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann habe ich's. Oh, das war close, Mann. Scheiße. So, ich lasse mir jetzt mal schön Zeit und mache mal hier Berechnung mal Pi. Müsste eigentlich sehr close am Rand. So, Freunde, das war's auch mit dem Video. Ich hab's leider nicht bis zum Ende geschafft. Das ist mega, mega, mega schwer. Das heißt auch nicht umsonst 25.000 Euro Death Run. Also, ich denke mal nicht, dass da irgendwer einfach First Strike durchläuft, außer er ist irgendwie Koreaner und wurde dafür ausgebildet. Also, wenn's euch gefallen hat, Freunde, lasst mir ein Like da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert, Freunde. Und aktiviert die Glocke, Freunde. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Oder auch nicht. Oh nein, ich muss noch einen Jump machen. Scheiße, Alter. Okay, ich bin echt gespannt, ob ich den auch First Strike hinkriege. Wenn ja, bin ich ein Gott. Bin ich auch so. Ich lasse nochmal dieselbe Taktik einfach an die Ecke schmeißen und... Jetzt muss ich alles von vorne machen, Alter. Nein, oder? Ich muss alles von vorne machen. Okay. Aber jetzt weiß ich ungefähr, wie es geht. Einfach hier. Zagt die Bohne. Schönes Wetter draußen. So um 4 Uhr morgens. Uh, Freunde. Okay, auch direkt. Oh nein. Was war das? Was habe ich mir dabei gedacht? Was habe ich mir dabei gedacht? War kurz so... Ich habe mir das viel schwerer gemacht, als es eigentlich ist am Anfang. Du kannst einfach auf die Ecke schmeißen und hoch. Oh, Dicker. Direkt den zweiten auch geschafft. Okay, jetzt, Freunde. Jetzt geht es ins Finale. So, jetzt kommt nur noch der Scheiß. So, Freunde. Nächster Try. Bevor ich meine Nerven verliere. Ich versuche jetzt mal eine andere Möglichkeit. Ich schmeiße das Ding einfach hinter mich. So im Winkel. Und werde dann mal Pi rechnen. Und das Ding schießt mich genau in das Loch rein. Seid ihr ready? 3, 2, 1, go. Ja, Freunde. Das war... Nein, Spaß. Okay. Okay. Versuch 4.523,2,4,8,9,10. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann muss ich leider, weiß ich nicht, Vorteil deinstallieren oder so. So schwer kann das doch nicht sein. Guck mal, wie viele Kugeln da liegen. Ich habe es nicht hinbekommen. Das erste Ding. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich dachte bis heute, ich bin ein schlauer Mensch. Bin ich nicht. Ich bin einfach nur... Warum? Okay. Konzentrieren, André. Du musst ungefähr den Winkel fliegen von hier nach da. Und wenn ich das jetzt schaffe, dann bin ich in der nächsten Zone. Und ich will unbedingt wissen, was da ist. Unbedingt. Okay. Geschafft, Freunde. Sehr geil, Mann. Ich hatte damit nicht mehr gerechnet, Alter. Ich habe das seit 55 Minuten versucht oder so. Aber wenn wir uns jetzt erstmal nicht... Nee. 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 Nein. Nein. Das war's. Aber diesmal verarschst du mich nicht, du Scheißspiel. Was muss ich machen, Freunde? Ich habe keine Ahnung. Muss ich die Falle jetzt triggern? Und wenn ich es nicht schaffe, muss ich wieder von vorne starten? Ich hoffe nicht, ey. Aber ich probiere es einfach. Einfach durchziehen. Ich habe es geschafft. Nach 35 Minuten, diese Kacke, habe ich es geschafft. So, Freunde, das war's auch mit dem Video. Ich habe es leider nicht bis zum Ende geschafft. Das ist mega, mega, mega schwer. Das heißt auch nicht umsonst 25.000 Euro Deathrun. Also, ich denke mal nicht, dass da irgendwer einfach First-Try durchläuft, außer er ist irgendwie Koreaner und wurde dafür ausgebildet. Also, wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst mir ein Like da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert, Freunde. Und aktiviert die Glocke, Freunde. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Vielen Dank.